Herzlich willkommen, liebe Zwillinge, zu eurer kurzen Tarot-Wochenbotschaft 23. bis 29. September. Das ist die Woche, auf die ich schaue. Und ich hebe jetzt einmal so lange Karten ab, bis mir eine Karte aus der großen Arcana über den Weg läuft und eine aus der kleinen Arcana. Und da haben wir sie schon. Eine aus der großen Arcana... Nee. 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 Und die kleine Arcana. Okay, super. Dann haben wir hier die Mäßigkeit und die vier der Münzen. Die vier der Münzen ist mir heute auch schon über den Weg gelaufen, für ein anderes Sternzeichen. Und hier geht es tatsächlich darum, irgendetwas festzuhalten, was dir lieb und teuer ist. Es geht manchmal um Glaubenssätze, es kann aber auch um Menschen gehen, jemand, der dich bereichert und der dich nicht runterzieht. Ja, das finde ich jetzt einmal ganz, ganz wichtig zu betonen. Häufig ist das auch so ein sehr schmaler Grad zwischen, ich halte etwas fest, was mich belastet, mag das nicht loslassen, oder ich halte etwas fest, weil es besonders wertvoll ist. Da bitte ganz besonders aufpassen und unterscheiden. Das ist manchmal gar nicht so leicht. So ein übermäßiges Klammern bringt uns mehr in ein Gefängnis, als dass es uns bereichert. Von daher ist es eine ganz schwierige Karte mit so zwei Seiten der Medaille. Mäßigkeit daneben zeigt aber eine wahnsinnig schöne Ruhe. Und das zeigt auf der einen Seite zwar Geduld mitbringen, da muss noch ein bisschen Wasser den Berg runterfließen. Auf der anderen Seite zeigt es aber auch so eine, wie so eine, wie so eine Pause. Ja, so ein bisschen am Wasserloch stehen, sich ausruhen, sich erstmal gut fühlen, durchatmen. Und das ist tatsächlich an der Stelle auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Also hier, ich sehe keinen Kampf, ich sehe keine Konflikte, ich sehe eher ein Ausruhen, sich wohlfühlen, erstmal wieder alles in Balance bringen. Wenn du dich sehr überlastet fühlst von der Arbeit, von den Kindern oder sonst irgendetwas in deinem Leben, ist in dieser Woche erstmal die wichtigste Priorität, Ressourcen und Kräfte wieder auffüllen. Erstmal so ein bisschen für sich bleiben, das Wichtigste abzuarbeiten und gucken, was ist mir wertvoll und worauf möchte ich achten. Okay, ich schließe diese Legung. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat, über ein Like oder ein Herzchen. Und bis zum nächsten Mal.